Ich dachte, ich würde schneller einen Schafzahn treffen. Ach, was soll's. Dann suche ich mir eben morgen einen Schafzahn. Jetzt mach ich erst mal ein Nickerchen. Ah, Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass hier jemand wohnt. Aber vielleicht können wir ja Freunde sein. Richtig. Ihr sprecht Schafzahnisch. Ah! 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 Wow, das war aber knapp. Au, hey! Hey, warte! Scherfzähne zu unterrichten ist schwieriger als ich dachte. Hm. Oh, oh! Ah! So viel zum Thema Freunde finden. Ein weißer Berg. Dann werden mir die Scherfzähne nicht folgen. Das würde ich auch nicht machen. Unter diesem Wander wird er uns nicht finden. Tolle Idee, Nestle. Petri sieht was. Jetzt nicht, Petri. Doch, Petri folgen. Steinstarke Idee, Petri. Nichts wie rauf. Das soll eine gute Idee sein? Das macht mir ganz schön Angst. Sieht schmal aus. Genau. Für Rotklaue ist dieser Pfad viel zu schmal. Schauper! Musst du immer so lang sein? Das war ganz schön knapp. Wir sind in Sicherheit. Fürs Erste. Ich glaube, fürs Erste endet schneller als wir denken. Nach jumpla. Traumung everyone. Row spraying. Pfeize. Oh... Ich verstehe. Ja. Was war dem? hooked, Computer. Oh doch, hat Isnch. timeimen gemacht. Nee, die ducksiv. Ich würde dazu Northernen aus. Ich glaube ja nicht, dass sie uns hier sehen. Aber Kralle und Klaue sind sehr gute Schnüffler. Solange wir zusammenbleiben, kann uns nichts passieren. Richtig, schön zusammen. Damit sie uns zusammen auffuttern können? Ich frage mich, wo die jetzt sind. Ich sehe mal nach. Sei vorsichtig. Er schüttelt! Hey, Freunde, wo seid ihr? Nicht schon wieder! Auweia, nix, schwebt weg! Wir müssen den Weg zurücklaufen, den wir gekonnen sind! Ja, die gleiche Idee hat Klaue hinter uns auch! Nicht schleppmachen! Wir müssen den Weg zurücklaufen! Ich bin der Weg zurück! Da vorn, die große Baumwurzel, da kommt der Schafzahn nicht durch Na los! Warum denn nicht gleich in die Höhle gekommt, Liddlefoot? Das kann ich dir sagen, Petri, als ich gesehen habe, wie Klaue die Bäume abgebrochen hat, da hatte ich eine Idee. Ein toller Grund, gefressen zu werden. Wir können einfach Bäume benutzen, um Chomper und Ducky zu retten. Ach, immer noch kein guter Grund, gefressen zu werden.